ein audio einbeziehen dann hört man mich so funktioniert es funktioniert perfekt servus liebe leute herzlich willkommen zu minecraft folge 18 euer lieblingsformat auf ganz youtube mit uns in videos gast auf ganz youtube reolus master du hast keinen anderen das 17 doch ein hatte ich bisher drin tatsächlich der hat das geburt oha 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 es ist immer diese stelle oder lieber wir haben ich glaube ich habe ohne dich 56 folgen glaube ich gemacht in dieser zeit ist dahinten eine farm entstanden die hat der gute look dead feet gebaut mein wach der hier zu gast war und ich habe diese bärkütte hier angefangen die ist gerade noch am anfang warum ist hier das gras anders und was ist mit der spinne alles wird gut gut und dann ist die farm da habe ich mit deine karotten mal abfahren müssen damit ich den mal pflanzen kann oh mein gott hier ist auch noch ja hier ist alles ob da hast du da ausgeleuchtet nein okay der ist im wasser explodiert meine nerven hast du was zu essen was zu essen ja an der farm kannst du mal da hinten gucken da ist ein bisschen was ist meine farm denn noch existent ja die steht noch so liebe leute falls ihr euch fragt was in der letzten folge passiert ist falls ihr es vergessen habt im laufe von einem tag das ist natürlich schwer tragisch tragisch auch wenn für mich irgendwie vier tage vergangen sind aber in der letzten folge muskel zu legen habe mir diesen wunder 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 schönen balkon gebaut und diese bude wird auch heute nicht gehen denn wir werden also ich zumindest werde was neues machen und zwar werde ich ein bisschen erde abfahren und das klingt spannend ja aber das wollte ich mir das machen weil der kann dann müssen moderieren da ist es nun vielleicht ein bisschen spannend noch ach so ist ja jetzt ich übernehme jetzt quasi das video doch so ungefähr während ich die erde abfahren genau aber wenn wir die erde weg haben ich werde es nur bis hierhin machen auch wenn du schon mega vieles ich habe ja den schon angefangen und dann werden wir die stadtmitte anfangen damit wir in diesem stream noch in den nähter gehen können weil das nähter portal kommt in die stadtmitte und ich muss den nähter um das haus dort zum beispiel fertig zu machen ja und und an sich das dach ist fertig geworden ja das habe ich schon gesehen und du hast du hast ja auch den weg verändert den ich gebaute angefangen habe zu bauen genau ich hab da ein bisschen komm es doch noch links und rechts dran weil ich dachte der weg so allein sie irgendwie ein bisschen langweilig aus ja und da hinten der weg da wird noch her gebaut das mache ich noch und deine brücke die muss auch noch ja die brücke machen die die brücke wollte ich heute machen nachdem ich mein haus fertig habe ich wollte ein haus und dann halt muss ich nur noch ausleuchten und ich bräuchte vielleicht beim bett ja das wäre praktisch ich habe noch ein bett bei mir im haus stehen das kann zu benutzen ja ja das habe ich schon benutzen weil der zuerst luftet vier decke heimisch ja der heißt heimisch stehe ich ja nur auf dem thumbnail kannst du mir eine rüstung vielleicht gleich machen eine rüstung ja das kann ich gleich machen war heimisch der ist der kommt erst wieder in season 2 dann wenn wir in einem gebiet bauen ein bisschen was dann kommt will er erst wieder kommen warum machen weißt du zufällig ob hier in der nähe wüste ist ich muss sagen ich habe schon diese map erkundet also diesen teil nichts gesehen muss sagen aber ich war eigentlich nur ein kaktus kaktus habe ich leider nicht weil dann kann ich nehmen weil dann können wir auch eine kaktienfarm machen das ist eine gute idee dann haben wir genug gezählt nur der kaktus dann haben wir hier wie sand am meer wie sand am meer ich muss mal kurz gucken wie das noch mal mit der farbe war ich glaube entweder so oder genau an das war genau andersrum das war genau andersrum ok und sollte die nächsten gäste stehen auch schon fest ich weiß nur von denen leider nicht wann zu kommen laut laut anzeige fünf zuschauer das hundertprozentige lüge ich habe nie neben fünf zuschauern in sechs minuten das geht nicht schon noch sollen wo angekündigt habe können ja nie so also die brücke schaffe ich jetzt auf ja ich wollte eigentlich die brücke da ganz hinter die brücke abbauen den streamer dann dachte ich das wäre so viel zeug was ich machen möchte auch einen weg zu mir brauche und ein stein habe ich falsch gesetzt ähm du siehst mir falsch aus genau jetzt heißt es immer nur so und dann so fülle ich das überhaupt das muss doch weg was mache ich denn man musste ja alles weg warum finde ich das dann bin ich blöd na gut das hat keiner gesehen gut erzähl doch mal wie geht es hier denn so ja ganz gut ich werde heute meinen ersten schultag ich war nicht in der schule ja ich auch profi man schaufel ist kaputt auch in dem moment ist gerade meine axt kaputt ja selbst zuschauer also einer bin ich mehr mal die anzahl kann nicht stimmen hat wieder ein bisschen haben wir überhaupt noch heißen ja das frage ich mich gerade auch hier so brustparte die gönne ich mir hat dann habe ich nur 15 also ob du kein eisen mehr als was sind da los hat kaut bot exe snake was zur hölle die sind ja drin ein prozent wo da war ach komm dann gebe ich ein time out ernehm band mein so tschüss da will hier jemanden wie im virus anhängen fake virus auch noch ich brenne einfach mal kurz sein gold während ich meine spitze kann auch noch verzaubern kleine info an dich hier war gerade jemand im chat da ist codebot exe und er will hier ein virus downloaden in denen er ein prozent im chat schreibt bin beeindruckt ich meine er kommt gleich wirklich weg hilfe ich schon wieder egal der ist gesperrt der kann nichts mehr machen wenn er ein echter hacker ist dann kann er sich wieder einsperren aber das kann er nicht kies können wir eventuell auch noch gebrauchen hast du echt gar kein eisen mehr ich hatte nur 15 inventar kann sein dass look dead fat alles in seinem inventar noch hat ich weiß gar was der inventar hatte wüsste ich gern mal weil ich hole ich ihn noch mal drauf ich habe auch nur 3 gibt es doch nicht habe ich schon wieder alles auf codebot exe und snakebot exe verrückt auch habe ich jetzt hier wieder so viel abgebaut das ist doch gar nicht nötig ich meine gerade irgendwie alles falsch ach naja das ist so viel zuschauer zwei waren bot na perfekt wusste auch das kann nicht stimmen ja die fahrer meine uhr die tür ich habe 13 eisen im inventar hast du mir das zugeworfen ja das habe ich dir zugeworfen okay ich dachte gerade schon ich wäre einfach nur blind ja das denke ich mir auch immer wenn ich in meinen kisten schaue ich meine ich habe fünf minuten nach stecken gesucht obwohl die vor meiner nase waren von daher so effizient so effizient twitch highlight check effizient du willst du mein erstes minecraft highlight dann kurz mal hin vielleicht kann ich auch schon sagen wer die gäste sein werden unser bruce und duke sex und pixelots ich weiß nur noch wann die kommen die haben gesagt ich will ich will ich will wenn wenn yuk dabei ist will ich auch dabei sein du willst oh gott drei leute dann hat sich an dann hat sich an dann ist nachdem du letztens aus meiner aus meiner party gegangen bist ist der bei mir in die party gekommen hat irgendeine kacke gelabert und ist wieder rausgegangen ich mag die tüten ja dann willst du auch wieder dabei sein ja mal gucken mal gucken wann überhaupt war ich weiß gar nicht da habe ich schon eine bestehung von antonio bekommen dass der auch irgendwann mal mitmacht aber wie ich den kenne wahrscheinlich in zehn jahren hehehe seitlich kleine info du hast du hast doch nach lehm gesucht ne ja aber brauche ich jetzt nicht mehr hier ist alles voll hier hinter mein haus hier ist der ganze seel voll damit also ich sag mal entweder bist du blind ich genügend hatte aber antonio ich weiß nicht der junge macht ja irgendwie sein e-sports ding so zeit uah kann doch ein bisschen dauern ich mach das hier in der nacht ich glaube das ist super optimal okay wir kriegen das hin alter jetzt ist nur ein zuschauer weil es alles botzt was hey gold kann man goldschaufel machen ich habe doch noch eine schaufel eine goldschaufel gönne ich mir mal eine eine damit blocke erde ab und dann direkt na ja egal haben wir benutzt wo ist ein skelett aber stimmt die näze hüllenschuhe die muss ich auch mal antreten ja vor allem wenn wir jetzt gleich kein eisen mehr haben ja eben da muss man halt schon mit stein vielleicht noch arbeiten aber beziehungsweise ich habe ja jetzt eisenwerkzeuge komplett aber die frage ist halt nur wie lange ja eben 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 ja reicht jetzt okay ich finde das ein bisschen kacke gerade dass ich nur fakt dass wir nur fackeln haben und kein glowstone ja deswegen gehen wir ja auch gleich noch in den streamen nicht auf das ist ja mein plan dass wir da heute schon mal reingehen weil ich muss da auch rein für quarts ich weiß gar nicht wo macht man die stadt mit die kümmer ich würde schon hier hin bauen mache ich glaube ich auch schnell ja neuer so ach man jetzt ist ein baby zombie was gehen hier ab ja und ob wir jetzt machen weiß ich gar nicht ob wir da jetzt groß weitermachen das hätte ich auch vorgeschlagen was so eine hütte im berg ja ich dachte so auch der berg ist relativ perfekter cover was drum bauen habe ich dann habe ich dann auch im team mit meinem motto angefangen und habe da noch drei parts allein gemacht jetzt bin ich auch hier wo ich jetzt bin erde abbauen das ist schönste erlebnis aber es lohnt sich am ende hoffe ich ich hoffe es lohnt sich das wäre scheiße wenn nicht er hat scheiße gesagt keine werbung schauen wie oft ich den witz noch bringen bis wann immer toll ist er stimmt ich muss meine tradition machen die ich ab heute einführe wie findest du denn den neuen song von katja ich habe mir den noch gar nicht angehört und ich glaube das ist auch besser gott sei dank gott sei dank er war super da krieg da habe ich dicke lippen bekommen du hast mich gerade komplett rausgebracht was ich machen wollte ja pech das ist mal klar deutsch ist dein ding lass mich bin haupt schule glaube ich dir sofort hey es geht euch recht schnell hoch übrigens wir haben da hinten noch ein paar fichtenbäume glaube ich da hinten ja aber das geht jetzt so schneller einfach ja gut so stimmt ja das war super intelligent oder der katja song ich finde das ist der beste song ich jemals gehört habe also doch der war schon der beste song in deutschland ich habe doch deine brust das so gott wir achten auf die brust außer bei frauen das war super geh ich ja das war tschüss so leute ein paar tammer geschaffen mit dem perfekt man sollte die ganze erde irgendwann loswerden sollten das alles machen mein stück ist so zeitvoll was da los ist anders sieht hast du die einmal ich hatte auch der tübi als sie hier weggegangen hat doch alles mitgenommen was ich hatte oder das war ja perfekt super ich ernte mal ab das ist ein Hase Nasebeinkarotten hast du kannst du bitte mal wer nicht so alles war ein toller Hacker das nennt man sich so ein paar also bestimmt vieler Hacker ok also einmal hui hast du drei eisen noch rüber ja bei mir in der truhe ok perfekt so mein dach ist fertig ich bin mir jetzt den enderman da hinten da ist eine spinne auf dein haus ich will da wo du oh ein grasblock cool alter ich hab ein grasblock alter der hat drohen hey danke okay hä 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 hattelang dem enderman hatte ich zwei herzen fand es lustig die enderpferde zu werfen hast du die enderpferde geworfen ja ok wie bauen wir den am dümmsten hm ham aua doch mal auf auf mich dauernd anzugreifen au achso das ist ja das ist achso da ist ein wolf jamie äh hast du ihn gestreichelt ein herz hilfe bin so stolz auf mein schwert ja ich auch jetzt aber bitte nicht schlagen ich habe 14 level ich möchte den netz verzaubern ich will gerne auch noch mal in den bräuch hier verzaubern und nicht dauern mit 20 level sterben ja